Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag, wo wir diese Woche den 71 Milliarden schweren Haushalt des Freistaates Bayern im Dreitageplenum auf den Weg gebracht haben. Und herzlich willkommen zu Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern hier im Parlament. In dem es heute um die Frage von Franz aus dem wunderschönen Landkreis Oberallgäu in meinem Heimatbezirk Schwaben geht. Der mitbekommen hat, dass ich am vergangenen Samstag in Augsburg auf einer großen Kundgebung der Spediteure unserer bayerischen mittelständischen Logistiker in Augsburg gesprochen habe. Thema war natürlich insbesondere die hohen Spritpreise unter dem Eindruck der Ereignisse in der Ukraine. Und jetzt will der Franz von mir wissen, was ist denn nun der konkrete Vorschlag von euch freien Wählern, damit, so schreibt er mir das, der Wahnsinn an den Zapfsäulen aufhört. Herr lieber Franz, vielen Dank für die Frage, die ich natürlich gerne beantworte, etwas knapper als auf der Kundgebung am Samstag. Aber gestehe mir trotzdem zu, ich finde es wichtig, bevor wir über die Krisenbewältigung und die Detailthemen dieser Tage miteinander diskutieren, immer zunächst ganz grundsätzlich zu sagen, was der Grund dieses Übels ist. Und das ist das, was Wladimir Putin, was dieser offenbar verrückt gewordene Autokrat aus dem Kreml derzeit in der Ukraine veranstaltet. Ein Überfall eines Nachbarstaates aus territorialen Interessen, also etwas, was wir der Methodik und der Begründung nach gehofft hatten, bereits im letzten Jahrhundert hinter uns gelassen zu haben. Ich glaube, Franz, dass es in der Ukraine um mehr geht als einzig, und das wäre schon schlimm genug, die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine, die dringend enden muss. Es geht um die große Frage, ob dieses, ob unser Jahrhundert, ob das 21. Jahrhundert, den liberalen Demokratien mit all ihren Errungenschaften von Freiheit, Frieden, Sicherheit und Wohlstand gehört, oder ob jetzt wieder das Comeback der vermeintlich starken Männer von Autokraten wie denjenigen im Kreml droht. Und deshalb ist es wichtig, das zu tun, was wir getan haben. Deshalb ist es wichtig, dass der Westen eine so geschlossene und entschlossene Antwort gibt, auch im Hinblick auf die Sanktionen, wenngleich die Sanktionen, Franz, am Ende des Tages natürlich auch uns treffen. Und deshalb hat auch die Regierung in Bayern und die Regierung in der Bundesrepublik Deutschland eine aus meiner Sicht, aus Sicht von uns Freien Wählern, mindestens dreifache Aufgabe in diesem Zusammenhang. Natürlich eine außenpolitische Aufgabe, jetzt diese entschlossene, geschlossene Antwort des Westens zu geben, im Bereich von Wirtschaftssanktionen, im Bereich aber auch von militärischer Unterstützung dafür, dass die Ukraine in der Lage ist, ihr Recht auf Selbstverteidigung wahrzunehmen. Hätte mir gewünscht, dass das beispielsweise bei SWIFT oder bei der Lieferung von schweren Waffen etwas schneller geht, dass wir uns nicht erst mit diesen 5000 Helmen blamieren, so wie die Amtregierung in Berlin das getan hat. Aber zwischenzeitlich glaube ich, haben wir da den richtigen Weg eingeschlagen. Das ist die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe, natürlich auch davon hatten wir schon in Frage Fabian, müssen wir uns um die Menschen, die jetzt vor dem Bombenhagel in ihrer Heimat fliehen und bei uns Schutz suchen, genauso gut kümmern, wie wir uns um die Menschen während der Corona-Krise gekümmert haben. Dieses Whatever it takes, das damals zum geflügelten Wort wurde, das muss jetzt auch für die Flüchtlinge gelten. Die zweite Aufgabe, also gut kümmern um die Menschen, die jetzt vor Putin flüchten und zu uns kommen. Aber die dritte Aufgabe, und damit, Franz, komme ich unter anderem zum Thema Spritpreise, die dritte Aufgabe von Regierungen in diesen so schwierigen, krisenhaften Zeiten in unserer Heimat, die besteht schon auch darin, nach festen Überzeugungen von uns Freien Wählern dafür zu sorgen, dass die Menschen in unserer Heimat, dass die Menschen in Bayern jetzt nicht zu mittelbaren Opfern Putins, zu Kriegsopfern werden, an der Heizung, an der Tankstelle oder sonst irgendwo. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass diese Kriseneffekte, die Putin mit dem Wahnsinn, das ist der andere Wahnsinn, der angerichtet wird, derzeit in der Ukraine verursacht hat, dass diese Kriseneffekte nicht durchschlagen auf unsere Gesellschaft, auf unsere Wirtschaft, auf die Lebenswirklichkeit der Menschen in Bayern und in Deutschland. Und ein ganz wesentlicher Faktor davon sind die Spritpreise, von denen wir alle betroffen sind. Und deshalb auch ganz konkrete Vorschläge dazu. Denn beim Spritpreis gilt es ja immer, eines schon vor Augen zu haben. Das, was in der Ukraine passiert, Franz, das ist ohne jeden Zweifel Putins Krieg. Aber das, was wir an der Tankstelle erleben, das ist ehrlicherweise ja nicht alleine Putins Spritpreis. Das ist einzig zur Hälfte Putins Spritpreis, weil natürlich das Öl als Rohstoff teurer wird, durch das, was in der Ukraine passiert. Aber zur zweiten Hälfte, zu über 50 Prozent, ist das nicht Putins Spritpreis, sondern der Spritpreis der deutschen Bundesregierung. Denn mehr als die Hälfte dessen, was wir pro Liter zu bezahlen haben, unsere Speriteure und Logistiker, aber auch wir als Privatpersonen, mehr als die Hälfte davon sind ja Steuern und Abgaben. Sind ja einerseits die CO2-Abgabe, sind die Mineralölsteuer, sind die Mehrwertsteuer. Heißt also Putins Krieg, ja. Und die Preissteigerungen, die durch Putins Krieg entstehen beim Sprit, die sind auch unser Preis für die Freiheit und deshalb akzeptieren und bezahlen wir die auch. Aber bei den anderen 50 Prozent des Preises pro Liter, da ist die Bundesregierung, da ist die Ampel in Berlin in der Pflicht. Und wir Freien Wähler sind fest davon überzeugt, dass es gilt, in einer solchen absoluten Ausnahmesituation, jetzt wenigstens an dieser zweiten Schraube, an der zweiten Hälfte des Spritpreises entsprechend zu drehen und darüber dafür zu sorgen, dass am Ende des Tages die unmittelbaren Krisenfolgen abgemildert werden und die Menschen in Bayern und in Deutschland eben nicht zu Kriegsopfern Putins, zum Teil dieses Wirtschaftskriegs werden und in ihrer Lebenswirklichkeit ungeschönt bemerken müssen, wie es durchschlägt, was derzeit an Sanktionen, was derzeit in der Ukraine an kriegerischen Handlungen passiert. Das ist die Aufgabe der Bundesregierung, die Aufgabe der Ampel. Und deshalb erster klarer Vorschlag in dieser absoluten Ausnahmesituation, die Mehrwertsteuer auf die Treibstoffe auf Null setzen, nicht diese 16 Prozent einkassieren als Staat, sondern auf Null setzen und darüber dafür sorgen, dass wir uns es leisten können, dass die Menschen in Bayern und Deutschland es sich leisten können, den Preis für die Freiheit beim anderen Teil des Spritpreises zu bezahlen, die Sanktionen aufrechtzuerhalten und damit hoffentlich Putin immer und immer mehr unter Druck zu setzen und damit eines Tages zu Ressort zu bringen. Und deshalb sind wir auch seitens unserer Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU so ungehalten im Hinblick auf das, was die Ampel da macht. Denn es bringt nichts, in einem wissenschaftlichen Kolloquium darüber zu reden, was wir tun bei der Energie beispielsweise. Im Sommer, da muss nicht mehr geheizt werden, wenn bis dahin nicht gehandelt wird. Und es bringt auch nichts da in schönen Zahlen. Und Christian Lindner Rhetorik über den ein oder anderen Cent hin und her zu diskutieren. Es muss jetzt endlich geschafft werden, rauszukommen aus diesem Ampel-Selfie-Modus. Die Ampel muss raus aus dieser blinkenden Betriebsstörung und darf jetzt nicht weiter Chaos sprichwörtlich an den Kreuzungen da draußen verursachen über den Spritpreis, sondern sie muss dafür sorgen, dass über ihren Anteil am Spritpreis, über die Hälfte, die der Bundesregierung zuzuordnen ist, dafür gesorgt ist, dass diese Spritpreise einigermaßen im tolerablen Sektor bleiben. Für die Menschen, die zur Arbeit pendeln müssen, denen wir nicht zumuten können, dass sie quasi arbeiten gehen, um den Sprit zu bezahlen, um zur Arbeit zu kommen. Aber auch für diejenigen, die existenziell davon abhängen, beispielsweise die Logistikbranche. Also Mehrwertsteuer auf Null setzen, erster Vorschlag. Und zweiter Vorschlag, lieber Franz, ich glaube schon auch, wir brauchen für den gewerblichen Bereich, für die Menschen, die nicht billigeren Sprit wollen, um ans Wochenende mit dem Porsche an den Gardasee fahren zu können, sondern für diejenigen, die billigeren Sprit brauchen, um wirtschaftlich arbeiten zu können, um Arbeitsplätze erhalten zu können und dafür sorgen zu können, dass in unseren Supermärkten die Legale nicht leer werden. Für die brauchen wir zusätzlich noch einen Deckel, beispielsweise für den Gewerbediesel, der eben ein gewisses Preismaß nicht übersteigen darf, sodass die vertraglichen Verpflichtungen, die bestehend erfüllt werden können, nicht die Supermärkte leer werden und auch gerade unsere mittelständisch geprägte Speditionswirtschaft in Bayern weiter wirtschaftlich arbeiten kann. Das ist das Zweite, was es braucht. Also Mehrwertsteuer vorübergehend auf Null senken und darüber hinaus einen Deckel für den Gewerbediesel einführen, sodass Logistik weiter funktioniert, damit Lieferketten funktionieren und nicht zuletzt am Ende des Tages auch die Versorgungssicherheit der Menschen in unserer Heimat funktioniert, indem eben die Dinge, die wir dringend brauchen, für den Bedarf des täglichen Lebens auch entsprechend in die Supermärkte kommen und da von den Menschen erworben werden können. Und da ist es mir wichtig, Franz, das nehme ich mir heraus auch noch zu sagen, auch eine deutliche Ansage zu machen, dass diejenigen, die da gerade in der mittelständisch geprägten Speditionswirtschaft in Bayern unterwegs sind, dass die genauso systemrelevant sind, wie beispielsweise die Menschen, die uns in der Pflege durch die Corona-Krise helfen oder wie der ein oder andere Große, denen Politik ja immer sehr, sehr schnell hilft, so hat man manchmal den Eindruck, ist die Neigung. Dieser Mittelstand in Bayern in der Speditionswirtschaft, der ist nicht weniger wichtig und allen grünen Ideologen, die da manchmal versuchen, ein anderes, sein Zerrbild zu erzeugen, bei denen man das Gefühl hat, dass sie sich regelrecht freuen, wenn der Sprit teuer ist, die haben ja schon weit vor der Ukraine mal vorgeschlagen, das müsste 5 Mark damals oder 5 Euro kosten, denen sei schon gesagt, auch euer Bio-Food, das ihr aus Südamerika einfliegen lässt, kommt nur in eurem Bio-Supermarkt, wenn es dort jemand hinfährt und da fliegt es eben nicht hinein von Geisterhand, sondern da braucht es unsere Logistiker, da braucht es den bayerischen Mittelstand, der die Dinge von A nach B bringt und deshalb sind die Logistiker eben nicht die Diesel-Stinker, die irgendwie die Straßen verstopfen, sondern das sind die Menschen, die dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft am Laufen bleibt, dass unsere Wirtschaft am Laufen bleibt und deshalb ärgert es mich auch, wenn dann immer argumentiert wird, nach dieser Demo gab es ja noch so einen LKW-Korso und da hat es dann ganz, ganz schnell geheißen vom ein oder anderen grün angehauchten Ideologen, ja, wenn denen das Sprit zu teuer ist, dann sollen die doch nicht durch die Städte fahren mit ihren LKWs, ganz ehrlich, mir ist lieber, die fahren jetzt mit vollem Tank noch durch die Städte und machen auf ihre existenzielle Krise aufmerksam, als dass sie erst auf sich aufmerksam machen, wenn sie vor dem Insolvenzrichter stehen, weil der Tank leer ist und weil niemand mehr das bezahlen kann, was nötig ist, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Also deshalb, lieber Franz, zu deiner Frage, ganz konkrete Vorschläge unserer Bayern-Koalition, ganz konkrete Vorschläge von uns freien Wählern, erstens Mehrwertsteuer sofort auf Null setzen, bis dass der Wahnsinn in der Ukraine eingedämmt ist und sich die Lage an den SAP-Säulen wieder entspannt und zweitens einen Deckel drauflegen auf den Preis für Gewerbediesel, sodass Versorgungssicherheit sichergestellt bleibt, sodass Lieferketten nicht abreißen und sodass unser Mittelstand im Speditionsgewerbe vernünftig arbeiten kann, die Menschen, die dort arbeiten, bezahlen kann und vor allen Dingen die Dinge, die wir dringend brauchen, von A nach B bringen kann. Das sind die konkreten Vorschläge und darüber hinaus bitte auch in der Umsetzung jetzt aus dem Berliner Selfie-Modus kommen, liebe Ampel, die Dinge endlich umsetzen und vor allen Dingen mal diese ideologische Verblendung ablegen und zur Kenntnis nehmen, die LKWs, die da draußen fahren, die halten unser Land am Laufen, die sind systemrelevant und die verdienen unsere politische Unterstützung. So viel, lieber Franz, zu deiner Frage, und wenn ihr auch hier eine Frage habt, dann macht es einfach wie immer, postet sie unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine E-Mail, dann geht es beim nächsten Mal vielleicht um euer Thema, wenn ich mich wieder melde, aus dem Bayerischen Landtag und wenn es wieder heißt, frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion Frag Fabian Frag Fabian